Viele, viele bunte Raketen. Forschung abgeschlossen. Geräte wurde angegriffen. Wie viel Schaden macht das Ding jetzt? Schaden will ich wissen. 76, 125 klingt doch gar nicht mal so übel. Schießt ihr auch mal zurück? Ihr müsst wieder ewig nachladen. Ja, und du? Du musst halt ewig nachladen. Fahrt doch nicht raus. Da draußen ist die Flak. Ja, die Flak. Die Allerie, der Feind. Oh, mit Basis ist es so eng. Gibt es in dem Spiel Atomraketen? Kommen die jetzt vor? Nein, hoffentlich nicht. Da, baut. Oh Gott, ich habe schon einen verloren. Und, uff, wer hat denn ihr rum? Oh, die Verstärkung braucht noch so ewig lange. Ist das überhaupt flammbar für Pumpe? Gebäude wird angegriffen. Kruppe 2, meldet an. Welches? Hä? Oh. Oh, das ist doch jetzt nicht irgendwie... Was, was, was? Panzerberechtnis? Seidenleitwerk stabilisierte Treibspiegelgeschossen für Geschütze? Was ist das für ein Name, ey? Das ist doch der geilste Name, den ich je gehört habe. Okay, Ziele und Leite geschossen ins Ziel. Alle Geschütze werden automatisch aufgerüstet. Oh, nein, da wollen wir hin. Oh, das klingt gut. So, jetzt müsst ihr doch wissen, was die vorher für Werte gehabt haben. Aber ich glaube, der Start ist noch ein wenig höher geworden. So, jetzt reißen wir erst mal noch den Flammenwerfer-Bunker ab. Vielleicht können wir dann irgendwo eine Reparatur... Nein. Ich kann ein Forschungslabor dahin bauen, das vier Felder braucht, aber ich kann... Der Borde wird angegriffen. Ich kann da... Ja, geil. Geil, geil. Genau, was ich brauche. Komm, komm, komm jetzt. Was? Wieso kann ich da nichts hinbauen? Hä? Was ist das? Was? Was der Hölle war das denn? Hä? Oh, baut mal da hin. War da jetzt ja nicht raus. Glück gehabt, Kleiner. Oh, zurück zur Reparatur, komm. Ihr geht jetzt alle zum Reparieren. Die Bemerkungen sind eingetroffen. Oh, das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Das Gebäude wird angegriffen. Ja, muss ich erst warten. Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir sind Genies. Geniale Superhirne, deren überlegenen geistigen Individu... Was erzähl ich dazu? Geistige Individualität so überragend mächtig ist, dass dieses merkwürdige Kollektiv uns nichts anhaben kann. Und ich erzähl, glaub ich, grad. Verdammt, ich hab doch dich dem dazu gewiesen. Na also. Wo fahrt ihr denn schon wieder hin? Gebäude wird angegriffen. Ich werde hier noch aggressiv, glaub ich. Oh ja, und es kommt. So, hat jetzt wieder Kommande. Nein, was hab ich denn jetzt schon wieder... Kann ich dir denn auch so zuweisen? Nein. Und ihr sollt nicht da rausrennen, verdammt nochmal! Ist das so schwer zu kapieren? Muss ich die einzeln zuweisen, oder was? Wie scheiße ist das denn? Da, Cypo. Der gehört schon zu wem. Du kannst noch zu keinem, oder? Nein. So. Zweiter Kommande, dritter Kommande, ihr seid jetzt alle eins. So. Gut, gut, gut. Und, äh, Forschung, und Forschung. Und, oh. Hoch ist Panzerbrechnerraketen, Selbstladen, Geschütze, Panzer... MK2 nehmen wir mit und das nehmen wir auch noch mit und schauen uns das schöne Video an. Waffenforschung abgeschlossen. Ja, okay. Höchst Schaden von Geschützen. Oh, wie groß. Wie groß ist er jetzt? 154. Mam, 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 mam. Jam, jam, jam. Wir speichern, wir speichern, wir speichern, wir speichern mal da. War das eine gute Idee? Nein. Das war die dümmste, die du je hattest. Geschwindigkeit haben wir... Transport wird angegriffen. Was? Wie? Wo, was? Wir können mal einen Transport angreifen? Ihr wollt mich verarschen. Oh. Ah, komm. Fantastisch. Was macht überhaupt mal so meine Luft... Oh, mein Kraftwerk muss auch wieder repariert werden. Meine Luft wäre jetzt nämlich nicht sonderlich stark. So, das muss reichen. Nein, wo fahrt ihr denn jetzt schon wieder hin? Wieso bist du nicht bei 1 dabei? Verdammte Scheiße nochmal. Oh, mein Gott. Ah, ja. Fick dir ins Knie in deinem Scheiß-Transport und mach die endlich platt. Die Basis ist viel zu klein und zu eng, um die alle da drin zu lagern. Hopp, raus da jetzt. Hopp, komm. Ja, und wer fällt gleich an die Spitze? Die Kommandos. Kommt, ihr sollt da wegfahren und nicht da hinten noch rumeiern. Ist das so schwer. Kommt, ich muss die Mörser doch mal platt machen. Das ist doch nichts. Ah ja, genau. Jetzt greifen die natürlich mich auch an. Scheiß drauf. Ignorieren. Komm, warte zu. Oh, es ist da viel. Mach ich langsamer machen. Raketen. Oh, geil. Komm, mach sie platt. Ach, wozu denn überhaupt? Halt, Moment. Nein, die fahren jetzt gleich wieder weg, weil sie wieder zu wenig Energie haben. Richtig, richtig. Ist mir jetzt egal, ob sie sterben. Egal, ob der jetzt schon zweimal befördert ist. Ich brauche die, schade da los. Nein, zurück an die Front. Das sind meine letzten Einheiten, die ich kriege, ne? Ja, genau. Wenn der Transporter irgendwo angegriffen wird, wo ich nicht weiß, wo. Oh, und was macht ihr da? Ihr sollt da runterfahren. Ach. Komm, ich muss die Adlerie da loswerden. Oh, das kann doch nicht sein, dass so ein scheiß Bunker so viel aushält. Was ist das? Das ist doch noch so ein scheiß MG-Bunker. Oh, da ebnen uns immer schnell die Gebäude ein. Komm, jag die scheiß Dinger in die Luft. Ernichtet sie. Wenn ich irgendwie wen Platz hab mit meiner Basis. Oh, komm, weg damit. Obt, tschüss. Komm schon, und tschüss. Alles, alles platt machen wir jetzt. Ah, komm, vernichte das Ding. Oh, vernichtet's halt. So, speichern. Da. Hoffentlich war das der richtige. Wir fahren jetzt gleich noch ein wenig da rauf und machen da noch ein wenig was platt, weil das bringt ja sonst nichts. Was sieht's mit meinen Kommandern aus? Die leben alle noch. Geil. Komm, mach das Ding auch noch platt. Feindliche Basis ausgelöscht. Was? Das war ne Basis? Das waren nur Raketentürme, verdammt. Oder Allerie-Posten, wie auch immer. Ja, ich weiß, dass ich jetzt scheiße viele Einheiten verliere. Hey, Moment mal. Wenn da ihre Luftabwehr herkommt. Was? Ihre Luftabwehr, ja. Ihre Luftabwehr kommt da her. Ihre Luftangriffe. Komm, vernichte das Ding. Oh, ja. Oh, das sind noch so viel mehr. Komm, alle weg jetzt. Weg jetzt. Habt genug gemacht. Okay. Okay, okay. Wir müssen noch ein wenig was arbeiten hier jetzt. Was ist das für Bunker? Oh. Oh, Explosive Panzerbringung. Wir haben neue Videos. Machenforschung abgeschlossen. Äh, erhöht Feuerrader von Geschütze. Find ich gut, find ich gut. Höht Schaden von Mini-Raketen. Genau, sie brauchen einen, da wollen wir hin. Oh, sie kommen wieder mit dem Transport. Geil. Oh, 175 und 13. Ach so, jetzt hab ich schon gedacht, ich kann nur noch ganz wenig bauen. So, und ihr jetzt. Ah, ich hab den Turm da hinten noch nicht ersetzt. Nein, nicht das. Nicht das. Nicht das. Das. Oh, nein. Oh, ja, es kommt. Wo kommt die her? Komm einfach aus dem Nichts. Was ist das für ein Mist? So eine Scheiße. So, ihr lasst euch da jetzt erst mal reparieren. Gruppe 1, meldet. Ah, geil. Die können alle zu Gruppe 1. Und ich hab einen befördernden Commander. Und meine Luft anhalten wird. Ach, der ist vernichtet worden, wie ich das jetzt sehe. Konstruktion abgeschlossen. Geil. Da klatsche ich doch gleich mal in die Hände. So, genug in die Hände geklatscht. Hab ich denn doch irgendwo einen Commander stehen gehabt? Nein. Du hast keine weiteren Commander. Die sind alle beim letzten Kampf draufgegangen. Glaube ich gleich. Das war nicht... Nein. Ich brauch größere Buttons. Richtig fette Buttons, wo man... ...gar nicht mehr daneben klicken kann. Und, oh, das dampft alles schon oder so. Ja, geil. Zwei will ich doch haben. Ah, repariert schneller. Viel Zeit hab ich denn noch. 35 Minuten soll der ausreichen, hoffe ich. Gut, wenn es da oben die einzige noch verbleibende Basis ist. Sollte hier nicht mal zur Reparatur... Was stehst du da rum? Du sollst zur Reparatur. Da reißt die Mauer da mal weg. Die Mauer muss weg. Alle bitte. So, ihr fahrt jetzt erst mal. Oh, komm. Oh, toll. Konstruktion abgeschlossen. Auf Deutsch gesagt, mein Transporter wird nie ankommen. Gebäude wird angegriffen. Ah, es funktioniert. Ja. Mit Shift kann man ganz viel auf einmal abreißen. So, jetzt muss ich nur wieder zubauen, bevor irgendwas kommt. Baut zu. Bereits, bildet. So, du fährst jetzt mal zur Reparatur. Oh, da kommen sie schon wieder. Sie kommen schon wieder. Ich mag euch nicht. Hab ich euch das schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Scheint sie nicht zu interessieren. Und mir geht langsam die Energie aus. Ah, schlecht. Egal. Da. Oh, Forschung ist abgeschlossen. Noch mehr. Oh ja, gib mir mehr Raketen. Geben mir richtig fette Bums-Raketen. So, dass man alles zackstückeln kann. Und so wie es aussieht, wird man... ...meine Verstärkung hier nicht mehr ankommt. So, jetzt fahren alle da mal rein. Rein. Nein. Fahr da. Fahr da halt rein. Oh, du bist doch selten. Oh, soll's... Ach, das gibt's doch nicht. Na, also. Ah, ich fahr da jetzt nicht raus. Fahr da jetzt bloß nicht raus. Ich schlag dich. Ich fülle dir schreckliche, schreckliche Dinge an. Wer hat gesagt, dass ihr jetzt davor fahren sollt? Hab ich das gesagt? Nein. Fahr zurück. Nein. Nein. Du bist jetzt mal erfahren, ne? Ja, da. Konstruktion abgeschlossen. Da. Da sind noch irgendwelche Einheiten, die nicht zugewiesen sind. Du. So. Zwei gilt ja nicht. Das sind ja keine Angriffeinheiten. Das heißt also, wenn ich so, so und so mache, sind all meine Einheiten irgendwo zugewiesen? Wählt er jetzt alle aus? Er wählt alle aus. Transport entdeckt. Hm. Ich habe befürchtet, dass hier jetzt gleich wieder das 7, 4, 4. Sieht doch gut aus. Sieht gut aus und ich habe immer noch keine Fabrik, wie ich gerade feststelle. Brauch ich nicht. Bringen sie mir was für Loser. Ich mach das jetzt. Komm. Ihr werdet ja wohl... Ey, ich muss hier echt MGs bauen, weil die... Hallo, das sind Sidebox. Es ist ja schön, dass MGs die Schwäche ist, aber wenn ich damit fraketen... Wenn ich mit einer Raketenwand drauf schieße. Ich sag gar nichts mehr dazu. Das ist doch... Das ist doch...